Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zu meinem Podcast SoulDogs, dein Podcast für Herz und Hund. Ich bin Tina Schwarz und heute möchte ich dir drei Schritte verraten, die dein Leben mit deinem Hund sofort schöner machen werden. Wenn ich Menschen mit ihren Hunden neu kennenlerne, ist das oft das Wichtigste, was an allererster Stelle stehen sollte und als erstes umgesetzt werden sollte. Das Training ist natürlich wichtig. Es ist wichtig, dass der Hund bestimmte Dinge lernt und dass du lernst, wie du sie deinem Hund beibringen kannst. Doch zuallererst möchte ich, dass du vor allem mehr Freude am Leben mit deinem Hund findest und auch mehr Erfüllung in dem Leben mit deinem Hund findest. Denn ich denke, genau deshalb haben wir uns alle Hunde geholt oder Hunde in unser Leben geholt, um einfach mehr Freude empfinden zu können in unserem Alltag. Meine drei Schritte sollen dir sofort helfen. Du kannst sie sofort umsetzen und glaub mir, sie werden sofort Verbesserungen bringen. Verbesserungen nicht, weil dein Leben jetzt vielleicht total schrecklich ist, aber du weißt, es gibt immer Optimierungsbedarf nach oben. Ich denke, niemand ist traurig, wenn es noch schöner wird, als es aktuell gerade ist. Neben dem Training sind so viele andere Dinge wichtig im Umgang mit unseren Tieren, damit wir tatsächlich die Erfüllung in unserem Leben finden, die wir uns wünschen. Jetzt geht's los. Genug erzählt. Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei der Folge und ich würde mich riesig freuen, wenn du nach der Folge bei mir auf Instagram oder Facebook vorbeischaust und unter dem Post von heute kommentierst, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, was welcher Satz vielleicht in deinem Kopf hängen geblieben ist oder ob du selber noch einen Tipp hast, der dein Leben mit deinem Hund extrem bereichert hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Drei Schritte, die dein Leben mit Hund sofort schöner machen. Die meisten Menschen, die zu mir finden, finden nicht zu mir, weil sie ihre Hunde blöd finden oder weil sie, weiß ich nicht, ihren Hund irgendwie unterjochen möchten oder irgendwas. Die meisten Menschen, die zu mir finden, kommen zu mir, weil sie sich ein schöneres Leben mit ihrem Hund wünschen, weil ihre Vision eines Lebens mit Hund anders war, als die Realität jetzt aussieht. Ich kann das total verstehen, denn mir ging es damals nicht anders, als meine zwei Hunde bei mir eingezogen sind. Mit meinem ersten Hund, mit meinem Biegelchen Pablo ging es noch alles ganz super. Als mein zweiter Hund Tschuki dazukam, sah das Ganze dann schon anders aus. Tschuki hatte einfach echt Schwierigkeiten mit unserer Umwelt. Das fiel ihm alles sehr, sehr schwer. Der hatte sehr, sehr viel Angst und hat entsprechend oft Verhalten gezeigt, was natürlich weder in unserer Gesellschaft gern gesehen ist, noch Verhalten, das sich für ihn oder mich gut angefühlt hat. Ich habe ihn über alles geliebt, aber unser Leben war damals einfach absolut nicht schön. Es gibt drei Dinge, die mir damals sofort geholfen haben, das Leben mit Tschuki schöner zu empfinden und nicht nur für mich, sondern auch für ihn. Also auch er hat dort deutlich mehr Lebensqualität rausgezogen. Und diese drei Schritte möchte ich heute mit dir teilen oder diese drei Dinge, Strategien, Tipps möchte ich heute mit dir teilen. Der allererste und für mich absolut wichtigste ist, dass du lernen solltest, dich auf die schönen Momente mit deinem Hund zu konzentrieren. Das, worauf wir uns konzentrieren, das ist das, was auch immer mehr in unserem Leben auftreten wird. Wenn wir uns immer auf die Fehler konzentrieren oder immer auf die schlechten Momente oder immer auf das unerwünschte Verhalten, dann werden wir das anziehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch oder voodoo-mäßig oder so, aber glaub mir, es ist wirklich so. Wenn du dich auf das Schlechte konzentrierst, dann wirst du das Schlechte immer mehr wahrnehmen und entsprechend wird es deine Emotionen vergiften. Du wirst dich immer schlechter fühlen, du wirst rausgehen aus der Tür und hast sofort im Kopf, oh mein Gott, gleich passiert wieder XY. Gleich flippt mein Hund wieder aus und das wird für mich mega peinlich und ich werde mich hilflos fühlen und ich werde traurig oder wütend und danach weiß ich, geht es meinem Hund auch schlecht. Der kann dann vielleicht nicht mehr pullern oder der kommt dann nicht mehr runter, weil er so gestresst ist. Wenn du schon mit diesen Gedanken rausgehst, dann wird es passieren. Es gibt viele Bezeichnungen dafür. Einer davon ist zum Beispiel selbsterfüllende Prophezeiung und das sind Dinge, die gibt es wirklich. Das ist nichts, was sich jemand ausgedacht hat. Wenn du anfängst, dich auf die schönen Momente mit deinem Hund zu konzentrieren, dann wirst du diese auch gehäuft erleben. Dann wirst du diese im Leben von dir und deinem Hund gehäufter anziehen. Sie werden öfter auftreten, du wirst sie immer mehr verstärken. Deine Stimmung, mit der du in den Spaziergang gehst oder das Haus verlässt, wird sich verändern. Sie wird schöner werden. Sie wird positiver werden und du wirst dementsprechend auch was ganz anderes ausstrahlen. Und diese Ausstrahlung, die du bekommst, die färbt natürlich zu einem gewissen Grad auf deinen Hund ab. Dein Hund ist schon sehr sensibel und der kann deine Emotionen gut lesen. Jeder Hund ist sensibel. Der eine mehr und der andere noch mehr. Unsensible Hunde gibt es nicht. Es gibt auch keine unsensiblen Hunde. Wir müssen uns letzten Endes nur dafür öffnen, die Emotionen anderer Lebewesen wahrzunehmen. Menschen fällt das unter Umständen in der heutigen Zeit teilweise recht schwer. Unseren Tieren nicht. Unsere Hunde können unsere Emotionen jederzeit lesen. Sie können sie in den kleinsten Facetten unserer Bewegung, unserer Stimmlage, unseres Blickes lesen. Wenn du dich auf die schönen Momente konzentrierst, wirst du mit einer anderen Stimmung losgehen und die Stimmung färbt auf deinen Hund ab. Die Stimmung färbt aber nicht nur auf deinen Hund ab, sie färbt auf deine komplette Umwelt ab. Also auch auf andere Menschen, auch auf die Situation. Wenn du mit einer freudigen Stimmung rausgehst, wirst du das entsprechende immer mehr anziehen. Die schlechten Situationen, die unangenehmen Situationen, sie werden weniger werden und selbst wenn sie kommen, denn das wird passieren. Also ohne Training wird dein Hund sein Verhalten nicht schlackertig ändern, das ist Quatsch. Aber wenn du dich auf das Schöne konzentrierst, auf das Positive konzentrierst, wird dein Training deutlich schnellere Fortschritte erzielen, weil du dann auch endlich in der Lage dazu bist oder noch mehr in der Lage dazu bist, die positiven Eigenschaften deines Hundes zu sehen, wahrzunehmen und gezielt zu verstärken. Je mehr du dann die positiven Eigenschaften deines Hundes verstärkst, desto weniger werden die unerwünschten, die dir vielleicht nicht gefallen, die, die euch in Stress versetzen, desto weniger werden sie auftreten. Also habe immer, immer, immer im Kopf, konzentriere dich auf die schönen Momente, lege dein Augenmerk darauf. Wenn es dir sehr schwer fällt und es gibt diese Situation, wo man vorher wirklich schon weiß, oh mein Gott, das wird heute eine Katastrophe, dann überlege dir eine Situation mit deinem Hund, die sehr, sehr schön ist oder überlege dir deinen Wunsch, wie dein Hund eine bestimmte Situation meistern sollte. Eine Hundebegegnung oder eine Begegnung mit einem Auto oder wenn das Eichhörnchen über die Straße rennt, wenn irgendwo ein Kind schreit, was auch immer eine Schwierigkeit für den Hund darstellt. Überlege dir diese Situation, stell sie dir vor, vor deinem inneren Auge, bevor du mit deinem Hund losgehst, bevor du ihn überhaupt anziehst. Überlege dir diese Situation vor deinem inneren Auge und stell dir vor, wie ihr durch diese Situation durchgeht, wie du sie erleben möchtest, wie du sie empfinden wirst. Was wird dein Hund tun, wie wird sich das für dich und deinen Hund anfühlen und wie wirst du reagieren, wenn er sich so verhält? Das kannst du sofort jetzt tun. Stell dir vor, du bist mit deinem Hund unterwegs und es kommt ein Stressauslöser auf euch zu. Ein Hund, ein Mensch, ein Fahrrad, Wildtier, vielleicht auch ein lautes Geräusch. Stell es dir vor, schließ deine Augen und stell es dir vor. Wie wird dein Hund im besten Fall reagieren? Wie wird er reagieren, wenn du fertig bist mit dem Training? Also wenn dein Hund mit dieser Situation keine Schwierigkeit mehr hat? Wie wird er reagieren? Was wird er tun? Wo wird er hingucken? Wie wird er sich fühlen? Welches Verhalten wird er zeigen? Und jetzt stell dir vor, wie du dich dabei fühlst. Wie geht es dir dabei? Geht es dir gut? Bist du glücklich? Bist du entspannt? Bist du stolz auf deinen Hund, dass er das so wahnsinnig gut meistert? Und dann überleg dir, was wirst du jetzt tun? Wie wirst du es deinem Hund sagen? Was für Feedback wird er bekommen, dafür, dass er sich so wahnsinnig toll verhält? Dafür, dass er das so wahnsinnig toll meistert? Dass er so stark in seiner Persönlichkeit gewachsen ist, dass er mit diesen Situationen gut umgehen kann? Welche Belohnungen sind passend? Wie kannst du ihm die meiste Freude bereiten, damit er das beim nächsten Mal genauso wieder tun wird? Stell dir das vor. Überleg es dir. Stell dir genau deine Strategie vor, vor deinem inneren Auge. Und dann fühl in dich rein, wie du dich jetzt fühlst. Wie gehst du aus dieser Situation raus? Bist du dankbar? Bist du stolz? Bist du entspannt? Und wie empfindest du in dem Moment die Freundschaft oder die Bindung zu deinem Hund? Jetzt atmest du noch einmal tief durch, durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Und dann schnappst du dir deinen Hund. Jetzt ziehst du ihm sein Geschirr an, jetzt packst du die Leine dran, deine Leckerli sind vorbereitet, deine anderen Belohnungen, du hast alles parat. Und genau in dieser Grundstimmung verlässt du jetzt erst die Wohnung. So gehst du raus. Genauso mit dieser emotionalen Haltung, mit der Wärme und der Dankbarkeit in deinem Herzen und mit dem Fokus auf die positiven Eigenschaften, auf die positiven Entwicklungen und Reaktionen von dir und deinem Hund. Du kannst es tatsächlich als eine kleine Art Meditation oder Mantra sehen. Glaub mir, wenn du das machst vor jedem schwierigen Spaziergang oder auch vor jedem Spaziergang mit deinem Hund, du wirst dich deutlich anders fühlen und dein Hund wird deutlich schnellere Fortschritte machen. Das ist eine Übung, die dauert keine drei Minuten und die kann aber wahnsinnig viel im Leben von dir und deinem Hund bewirken. Das, worauf wir uns konzentrieren, ist wirklich das, was wir anziehen. Unser Gehirn kann sich nur auf bestimmte Dinge konzentrieren und unser Gehirn muss ganz, ganz viele Reize, Emotionen und so weiter einfach aussortieren. Und wenn du dich nun oft auf die positiven Dinge konzentrierst und sie oft wieder an deinem Bewusstsein holst, wird dein Gehirn automatisch anfangen, sich auch darauf zu fokussieren und das immer gehäufter wahrnehmen zu lassen. Ein zweiter Tipp oder eine zweite Strategie, die ich dir unbedingt mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du deine Erwartungen an deinen Hund auf das Wesentliche reduzieren solltest. Unser Hund hat sich nicht ausgesucht, bei uns zu leben. Unsere Hunde haben selten die Wahl, auszusuchen, bei wem sie wohnen wollen und dann vor allem auch, in welchem Umfeld, wie ihr Tagesablauf aussieht, was sie essen dürfen, wann sie Gassi gehen dürfen, wann was gespielt wird. Unsere Hunde haben sehr, sehr selten die Wahl. Sie werden oft, das geht halt leider nicht anders, in ein Leben eingepackt. Ja, also wir packen sie in ein Leben rein. Und dann gibt es oft extrem viele Erwartungen an den Hund. Das geht schon dabei los, pinkel mir nicht in die Wohnung. Ja, irgendwie, es wird nur draußen gepullert, dann werden wir rausgehen. Wähl mir keine Hunde an, zieh nicht an der Leine, spring die Leute nicht an, du darfst jetzt nicht jagen gehen, wir laufen jetzt aber auf dieser Straßenseite, jetzt darfst du gerade nicht schnüffeln, Hausecken werden nicht angepinkelt, bitte nur die Bäume. Alles solche Dinge. Wir haben extrem viele Erwartungen an unsere Hunde, extrem viele. Ich auch. Ich nehme mich da nicht aus. Auch ich habe viele Erwartungen an meine Hunde, von denen ich mir schon wünsche, dass sie sie erfüllt bekommen, damit unser Leben einfach entspannt wird. Was du trotzdem tun solltest, vor allem in schwierigen Zeiten mit deinem Hund, in stressigen Zeiten mit deinem Hund, reduziere deine Ansprüche wirklich auf das Wesentliche. Und alles das, wo du sagst, okay, das ist mir zwar wichtig, aber es ist gerade nicht mega dringend, dass mein Hund das kann, schraubt es einfach runter. Wenn es aktuell nicht wichtig ist, dass dein Hund an kurzer Leine locker läuft, kannst du das zum Beispiel darüber runterschrauben, indem du sagst, du machst halt eine längere Leine dran. Je länger die Leine deines Hundes ist, desto leichter ist es für ihn, locker an dieser zu laufen. Also je größer die Grenze ist, die wir ziehen, desto einfacher kann die Hund die einhalten. Je enger wir die Grenze stecken, desto schwieriger wird es natürlich für den Hund. Wenn du mit dem Gassi gehst und du bist im Wald und dein Hund schafft es im Wald einfach nicht, deine Signale zu zeigen, also der kann sich im Wald vielleicht schlecht konzentrieren, reduziere deine Ansprüche. Nimm dir eine einzige Aufgabe, an der du mit deinem Hund arbeiten möchtest. Eine einzige, die wichtigste für dich. Vielleicht ist das in dem Moment die freiwillige Aufmerksamkeit. Vielleicht ist das in dem Moment die lockere Leine. Vielleicht ist das in dem Moment das, ich weiß nicht, das Stehenbleiben an Stressauslösern. Also dass er nicht losrennt, sondern dass er einfach steht. Konzentrier dich auf eine einzige Sache und die wird geübt. Und alles andere stellst du hinten an. Alles andere wird gemanagt. Das spielt in dem Moment einfach keine große Rolle. Wenn dein Hund das dann nicht leisten kann, ist es nicht schlimm. Und wenn du das nicht leisten kannst, ist das auch nicht schlimm. Multitasking ist etwas, was uns alle extrem stresst und was unsere Hirnaktivität massiv sinkt. Ja, also unsere Produktivität wird immer schlechter, auf je mehr Dinge wir uns konzentrieren. Das geht uns genauso wie unseren Hunden. Deshalb eine einzige Aufgabe, um die du dich kümmerst. Eine, um die du dich kümmerst und um die dein Hund sich kümmert. Diese Aufgabe kann auch die sein, die du dir visualisierst, bevor du zum Spaziergang gehst. Ja, also dass du dir, bevor du losgehst, hast du im Kopf, hey Mensch, mein Hund ist immer so unaufmerksam. Wie wünsche ich mir das heute auf dem Spaziergang? Wie wird es sein? Wie werde ich mich fühlen? Wie wird mein Hund sich fühlen? Und wie werden meine Konsequenzen sein? Also wie werde ich meinen Hund dafür belohnen? Und diese eine Aufgabe nutzt du draußen und die anderen, klammerst du aus. Du kannst sie ausklammern, das ist nicht schlimm. Du kannst sie dann anfangen zu trainieren, wenn die erste Aufgabe abgearbeitet ist. Und dann möchte ich dir einen dritten Tipp mitgeben, einen dritten extrem wahnsinnig wichtigen Tipp, eine ganz wahnsinnige Geschichte, die du unbedingt mit deinem Hund machen solltest. Und das ist Qualitätszeiten schaffen. Qualitätszeiten stärken enorm die Bindung zwischen dir und deinem Hund. Qualitätszeit sind Momente, Stunden, Spaziergänge oder sogar Tage, in denen du nur Zeit für dich und deinen Hund hast. In denen du dir die Zeit nimmst, nur für dich und deinen Hund. Wenn ich Qualitätszeit mit meinen Hunden verbringe, schalte ich alles aus. Ich bin telefonisch nicht erreichbar. Das heißt, ich schalte nicht nur den Ton aus, sondern bei meinem Telefon gibt es auch die Funktion, dass ich tatsächlich auf leise stellen kann, auf nicht erreichbar. Dann ploppt es auch nicht auf, wenn ich zum Beispiel eine Push-Spiel-Nachrichtigung bekomme. Also wenn mir jemand eine WhatsApp schreibt, wenn mich jemand versucht anzurufen, wenn auf Facebook irgendwas kommt. Ich bekomme es nicht mit. Ich habe das Handy trotzdem mit, dass wenn mal was passiert, ich natürlich jemanden erreichen kann. Aber ich bin in diesen Momenten nicht verfügbar für die Außenwelt. Ich bin nur verfügbar für meine Hunde. Wenn ich Qualitätszeit mit meinen Hunden verbringe, suche ich außerdem Orte auf, an denen ich weiß, dass wir uns alle wohlfühlen. Orte, an denen ich weiß, ich muss meine Hunde hier relativ wenig einschränken. Meine Hunde dürfen mir ihren Hobbys nachgehen. Sie können tun und lassen, was sie möchten. Und Orte, an denen wir einfach gemeinsam sehr, sehr schöne Zeit verbringen können. Für mich sind diese Orte oft am Wasser. Unser Labrador geht extrem gerne baden und einer von unseren Galgos auch. Die beiden lieben das Wasser und dementsprechend suche ich solche Orte auch für unsere Qualitätszeit. Da, wo Wasser ist, da, wo Sand ist und wo große Wiesen sind. Das ist für uns perfekt. Da können sie baden gehen, sie können sich danach in den Sand legen und sonnen, das machen zwei meiner Hunde auch extrem gern. Und die anderen beiden können danach über die Wiese toben. Eine große Wiese, wo keine Löcher sind, auf der sie wirklich richtig flitzen können, auf denen ich Spielzeug werfen kann, verstecken kann und so weiter. Während der Qualitätszeit mit meinen Hunden übe ich auch Dinge mit denen, allerdings nichts, was irgendwie anstrengend ist, nichts, was irgendwie Richtung Erziehung, Gehorsam oder sowas geht. Ich mache mit denen nur Dinge, die uns Spaß machen. Nur Dinge, die witzig sind, bei denen sie sich nicht besonders zusammenreißen müssen oder so. Also einfach Spaß, einfach das Leben genießen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich Beutepäckchen zu Hause packe, dass ich Zeitungspapier nehme, in das Zeitungspapier leckerli reinmache, das Ganze zu, knülle, ja, dass die Hunde dann später ein bisschen drin rumfummeln müssen, um es auseinander zu bekommen. Und die Beutepäckchen nehme ich mit und zwischendrin, während unserer Qualitätszeit, setze ich mich auf die Wiese, gebe jedem zwei, drei Beutepäckchen und dann sind die Hunde beschäftigt. Dann legen die sich auf die Wiese, freuen sich über diese Dinge, packen die aus. Ich bediene so ein bisschen das Erkundungs- und Jagdverhalten von denen, wodurch sie sich natürlich extrem gut fühlen. Und ich kann in dieser Zeit einfach genießen, wie meine Hunde sich tatsächlich freuen. Etwas anderes, das ich in unsere Qualitätszeit immer sehr gern einbaue, sind auch Entspannungspausen. Wir haben richtige Ruheinseln auf unseren Spaziergängen, auf unseren Wegen, bei denen die Hunde wissen, wenn wir hier ankommen, setzen wir uns in die Wiese. Dann wird gekuschelt, dann wird gelegen. Der eine Hund, der wälzt sich dann wahnsinnig gern und bleibt irgendwann auf dem Rücken liegen und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Denn sowas machen wir dort. Einer meiner Hunde hat Schwierigkeiten, sich auf den Ruheinseln zu entspannen. Der bekommt dann zum Beispiel eben wieder ein Beutepäckchen oder ich habe einen gefüllten Kong mit dabei. Oder ich streue dem eine Futtersuche in die Wiese. Alles sowas, was irgendwie so ein bisschen stationär ist und ihn dazu bringt, dass er sich an Ort und Stelle mit etwas beschäftigt. Und zwar mit etwas beschäftigt, das ihn nicht zusätzlich aufregen lässt. Etwas, was ich auch mache, wenn ich Qualitätszeit mit meinen Hunden verbringe, ist, dass ich mir in der Regel kein Zeitlimit setze. Also ich baue die Qualitätszeit nicht zwischen zwei Termine ein, wo ich ganz genau weiß, okay, ich habe jetzt exakt 30 Minuten Qualitätszeit mit meinem Hund und bin aber im Hinterkopf die ganze Zeit schon wieder im nächsten Termin. Das hat für mich dann wenig mit Qualitätszeit zu tun. Das ist dann für mich ein normaler Spaziergang, den ich mit meinen Hunden verbringe. Qualitätszeit baue ich da ein, wo ich weiß, ich habe jetzt sehr viel Zeit oder das, was danach noch auf mich wartet, könnte auch noch länger warten. Also wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel noch Büroarbeit oder ich weiß, ich muss noch einkaufen, das sind Dinge, die muss ich an dem Tag zwar noch erledigen, aber die haben ja keinen festen Termin. Wenn ich da eine halbe Stunde später mit anfange, ist das überhaupt nicht tragisch, das schadet niemandem, da wartet jetzt auch keiner auf mich, das kann ich nach hinten verschieben. In solchen Momenten verbringe ich Qualitätszeit mit meinen Hunden. Ein fester Tag in der Woche, den ich habe, ist bei mir der Sonntag. Der Sonntagvormittag gehört schon immer meinen Hunden. Sonntagvormittag ist unsere Qualitätszeit. Da schlafen wir aus, dann packe ich unsere Tasche mit allen tollen Dingen, die wir da so mitnehmen, damit die Hunde echt richtig Spaß haben. Und dann fahren wir an einen Ort, an dem ich weiß, hier sind wir ungestört, hier ist Wasser und hier ist Sand, damit meine Hunde sich besonders wohlfühlen. Und dann gehen wir dort spazieren und wir verbringen so lange Zeit dort, wie wir Lust haben. Und wenn ich merke, meine Hunde möchten nach Hause, die haben vielleicht Hunger auf ihr Frühstück oder die sind erschöpft oder es ist denen vielleicht auch manchmal einfach zu kalt oder so, dann gehen wir nach Hause. Und wenn ich aber merke, die wollen gerne noch weiter, dann bleiben wir da. Und wenn die noch in der Wiese liegen wollen, dann bleiben wir halt in der Wiese liegen. Das sind so schöne Momente für mich und für meine Hunde, die uns so wahnsinnig wiedererden, die uns so runterholen aus dem Alltagsstress, aus diesem Hamsterrad, in dem wir immer wieder gefangen sind. Auch ich muss extrem darauf achten, dass ich nicht wieder in so einen Teufelskreis reinkomme aus Termindruck, aus Erwartungen anderer, aus Erwartungen von mir selbst an mich. Und dann natürlich auch Erwartungen, die ich meinen Hunden wieder aufdrücke und die uns einfach immer unzufriedener werden lassen. Genau da holt uns die Qualitätszeit immer wieder raus. Da hilft uns die Qualitätszeit wieder Freude aneinander zu finden, Freude an der Welt, Freude an unserem Leben, an der Natur, an dem Wetter. Es ist aktuell Herbst und es ist heute auch wieder so ein wunderschöner Herbsttag mit blauem Himmel, mit Sonne und wir haben um die 20 Grad. Das ist einfach Wahnsinn. Heute Morgen habe ich Qualitätszeit mit meinen Hunden verbracht. Mit zweien bin ich eine kleine Runde nur spazieren gegangen. Das sind die beiden, die auch nicht, also die gehen gerne gemütlich und so, aber besonders schnell sind die nicht. Und dann haben wir uns die anderen beiden geschnappt und sind Fahrrad gefahren. Wir sind mit denen bei diesem wunderschönen Tag heute Morgen um halb acht los mit dem Fahrrad, sind ein Stück an der Spree entlang, haben dann irgendwo Rast gemacht. Der eine durfte baden, der andere hat Leckerli gesucht und dann sind wir zurückgefahren. Das war keine 100% Qualitätszeit, weil wir ja schon Erwartungen an die Hunde gestellt haben und weil wir ja auch durch schwierige Gebiete mussten mit dem Fahrrad, um erstmal aus der Stadt rauszukommen. Aber dann quasi die Pause, die wir verbracht haben, die war Qualitätszeit pur. Das war einfach schön. Die Hunde konnten Hunde sein, sie durften ihren Hobbys nachgehen. Wir haben keine Erwartungen an sie gestellt und wir waren dort auch in einer Umgebung, in der sonst niemand war. Wir waren allein. Es sind keine anderen Hunde gekommen, keine anderen Menschen, nichts, was uns sonderlich eingeschränkt hätte. Und genau das ist etwas, was du in deinem Leben mit deinem Hund häufen solltest. Such dir für den Anfang vielleicht wenigstens einen Tag, so wie es bei mir der Sonntag ist. Guck, wo du einen Tag hast, wo du weißt, da hast du definitiv mehrere Stunden Zeit. Es warten vielleicht andere Dinge auf dich, aber die haben eben keinen zeitlichen Druck. Also es gibt keinen festen Zeitpunkt, wo du es machen musst. Du weißt nur, irgendwann im Laufe des Tages musst du es machen. Und an diesem Tag planst du dir ab sofort deine Qualitätszeit ein. Du musst sie einplanen. Schreib die in deinen Kalender, damit du sie wirklich nicht vergisst. Schreib sie dir ein. Pack deine Tasche voll mit bunten Sachen. Nimm wenigstens drei Dinge mit, wo du weißt, dein Hund findet die richtig toll. Das kann Spielzeug sein. Das können so eine Beutepäckchen sein. Der gefüllte Kong. Wenn du hast eine Massagebürste, dann kannst du auf deiner Entspannungsinsel oder auf einer Wiese, auf der du ankommst, den Hund mit der Massagebürste massieren. Gucken, wie der das findet. Vielleicht sogar richtig klasse. Und dann, bevor du losgehst, machst du wieder die ersten beiden Schritte. Visualisiere vor deinem inneren Auge, vielleicht während du deine Tasche packst, wie eure Qualitätszeit gleich aussehen wird. Konzentrier dich auf das schöne Wetter. Konzentrier dich vielleicht auch auf den schönen Ort, an dem du gleich sein wirst mit deinem Hund. Und stell dir vor, wie es gleich sein wird, wenn ihr dort alleine seid und dein Hund diese tollen Dinge aus seiner Tasche bekommt und sie entdecken darf. Wie seine Augen leuchten werden, wenn du einen gefüllten Kong aus der Tasche holst. Oder wie der das vielleicht genießt und sich in der Wiese wälzt, wenn ihr eine Pause macht. Währenddessen packst du deine Tasche mit den tollen Dingen und dann geht's los zu eurer Qualitätszeit. Und während der Qualitätszeit denkst du daran, deine Ansprüche absolut zu reduzieren. Versuche in der Qualitätszeit so wenig wie möglich anstrengende Aufgaben zu machen. Mach vor allem einfach nur schöne Dinge. Häufe in dieser Zeit die schönen Erlebnisse und schönen Beschäftigungen, Momente mit deinem Hund. Sie werden dir enorm gut tun und auch deinem Hund. Und sie werden euch beide so ein Stück weit aus dem Alltagsstress rausholen. Diese Momente sind enorm wichtig, um wirklich auch Stress abzubauen. Denn wir haben alle Stress. Unsere Hunde genauso wie wir. Wir erleben ständig stressende Momente. Dieser Stress muss irgendwie auch wieder abgebaut werden. Wir müssen irgendwie auch wieder runterfahren können. Genau dafür ist die Qualitätszeit da. Und denk dran in der Qualitätszeit mit deinem Hund Handy aus. Also wenigstens auf stumm. Geh an einen Ort, wo du deine Ruhe hast mit deinem Hund. Wo du weißt, hier fühlt er sich wohl, hier fühlst du dich wohl. Und dann einfach ohne Zeitlimit, solange sich da aufhalten, wie du und dein Hund es gerne möchten. Ich hoffe, du schaffst es, diese drei Tipps sehr schnell umzusetzen. Sie sind ja tatsächlich nicht besonders schwierig in den Alltag zu integrieren. Wichtig ist immer, dass wir es einfach machen. Wenn wir nicht anfangen, etwas zu machen, dann wird es sich nie ändern. Deshalb versuch sie sofort in dein Leben zu integrieren. Ich würde mich total freuen, wenn du jetzt nach der Folge bei mir auf Facebook oder Instagram vorbeischaust oder mir eine E-Mail schickst mit dem, was dir aus der Folge jetzt am meisten geholfen hat. Oder ob du auch noch einen Tipp hast. Außerdem freue ich mich natürlich riesig, wenn du mir verrätst, was du in der Qualitätszeit mit deinem Hund machst. Ob du vielleicht noch einen tollen Tipp hast für eine Beschäftigung, die deinem Hund vielleicht besonders viel Freude bereitet. Oder einen Ort, eine Tageszeit, irgendetwas, was eure Qualitätszeit immer besonders bereichert. Damit kannst du nicht nur dich und deinem Hund in ein schöneres Leben führen. Du kannst auch mich und ganz, ganz viele andere Menschen inspirieren und helfen dabei, dass unsere Leben auch ein ganzes Stück weit schöner werden. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, die Folge hat dir gefallen und wünsche mir, dass ich dich nächste Woche in meinem Podcast wieder begrüßen darf. Nächste Woche kommt mit Sicherheit wieder eine neue Folge auf meinem Podcast SoulDogs, dein Podcast für Herz und Hund. Schön, dass es dich gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit deinem Hund. Bis bald. Bis bald.